Nachher nochmal, darf ich Herrn Stadtenwenzel bitten? Liebe Frau Weber, werte Pfarrer des Grundpfarramts Wohlsberg, verehrte Gäste, im Namen des Magistrates der Stadt Ulrichstein begrüße ich Sie alle recht herzlich und beglückwünsche Sie zu diesem Fest. Jetzt, Bürgermeister Erwin Horst, an dem diese Einladung ergangen ist, kann heute Abend leider nicht hier sein, er lässt sich hiermit entschuldigen und lässt Sie hiermit recht herzlich grüßen. 25 Jahre Gruppenpfarramt, haben wir schon gehört, es war eine bewegte Zeit, es ist viel geleistet worden und aufgebaut worden von den Pfarrern und Verantwortlichen in dieser Zeit und die Verantwortlichen, die heute dran sind, die werden das Erbe tragen müssen und in die Zukunft versuchen, das weiter auszubauen und zu festigen, damit in 25 Jahren dann das 50-jährige Bestehen gefeiert werden kann. Für das Fest wünsche ich Ihnen allen einen guten Verlauf. Morgen schönes Wetter, viele Leute, dass ein bisschen mehr los ist, wie gestern Abend in Helberstein, war wirklich viel Mühe von den Leuten, die das durchgeführt haben. Man hätte ein bisschen mehr Interesse da sein müssen von den Jugendlichen. Ansonsten denke ich, war es doch gut gelungen. Einen Scheck oder ein Präsent kann ich leider nicht überreichen. Scheinbar muss dann der Chef persönlich kommen. Aber ich verspreche, morgen, Frau Weber, kriegen Sie von mir noch einen. Ansonsten für heute Abend noch viel Unterhaltung bei den Vortragenden. Alles Gute. Danke. 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 Danke.